So, willkommen zur ersten Trikali 2022, Camille. Hier neben der Reine noch ein bisschen Scantus, Elefantengras. Hoppala, da geht's schon gut los, gell? Alle Züge wird ja normal im Mai gehäckselt. Nein, nicht im Mai, im März sogar schon. Und ganz, wenn man will. Je nachdem, glaube ich, wenn man will schon. Einerfalls relativ früh ist. Ja, was habe ich jetzt noch gemacht? Der Meter ist jetzt auf Trikali eingestellt. Ich habe schon eine Zeit, bis es geht, noch das Fruchtsymbol mit zwei Tasten runter und dann auf P-drucken. Das stellt ihr sicher ein. Das Fruchtwerk läuft, noch Vollgas läuft. Ja, was ich jetzt gemacht habe? Den Wind habe ich jetzt noch mal gut genommen auf 11,70. Fruchtball ist 11 Millimeter, Drehzahl 8,20. Eine Besonderheit, ich habe jetzt noch eine Krannerleiste zugeschaltet, weil wir haben hier das vordere Drittel der Trikali abgeschaltet, wenn es in den Westen kommt. Ich kann es gerne mal geben und dann hilft es, wenn er die die Krannerleiste zumachen. Weil dann wird das abgeschlagene Ding gerade nach hinten befördert und nicht, ja. Es landet nicht zu viel auf einem Kortank. Und sonst haut es jetzt gerade auf die Reinigung ab, aber belastet die Reinigung unnötiger Wissen. Muss ja alles nutzen. Aber es läuft, wunderschön. So, also der Grunde hat er gerade den Verkehrssicherungsdienst gemacht. Weil nach dem Schilf sieht man ja nichts. Wenn ein Auto angerauscht kommt, haben wir Probleme mit der Spitze rauszustellen. Die Messer am Rand haben schon ein Glittenfeuer. Jetzt haben wir Gerst, die lassen wir stehen. Die ist noch nicht reif. Und dann spiegelt sie gar nichts von dem Ding. Das muss man hinten auf, das muss man nicht direkt den Schorn zurücknehmen. Und zack. Wider gates. Wider gates. Und mein Megaskel. Läuft gut, oder? Jetzt haben wir doch keine Taschbelfastkeit, ne? Jetzt sind wir heute in der Mitte wieder ein wenig so kuppeln, ne? Ich weiß nicht, ob man das ja nicht kamerasiert. Und sie läuft ja ohne das Taschbelfast. Ich rief, wenn man gut hier. Krass. Krass. Das ist echt brutal da drin. Schau mal, da ist sie krass grün. Da drin wird es schon leicht gel. Ja, da in einer Stauzimmerkleinung, weil das jetzt halt auf der Grenzlinie ist. Und das wäre unpraktisch. Sonst würde ich gerne mal wieder so ein Grabe ist. Aber jo. Halb neun ist ja doch. Nachdem man ich glaube auch mit zwei Hektabeln. Aber das bringen wir noch weg. Aber mal bis um 10.30 Uhr. Ich werde egal. Wir können jetzt das Glück wieder aufregen. Und da hinten sieht es schon ziemlich ungemütlich aus. Ach, zumindest die Wolken weiss. Es ist schon mal nichts Gutes. Es ist vorher auch wegen einem richtig kühlen Wind gegangen. So einen leicht feuchten Wind schon. Es ist meist eine Anzeige für uns, dass was kommt. Es ist feucht-fröhlich, es kommt. Aber auch nicht fröhlich. In unserem Fall. Jetzt kann ich den Schwiegereltern noch zuwinken nach Internet. So. Higher. Higher. So, jetzt fahren wir da dagegen. Diese kommen Schilf kras lang aus. Jetzt gibt es hier auch die Einstreu. So, jetzt fahren wir mal leicht die Kurve, schön langsam. Toll. Noch entgegen. Arschflue. Ich könnte jetzt auch langsamer laufen. Ich bin ja als Gegenhalter. Das ist halt immer so eine Ermessenssache. Das ist jetzt auch schon gut eingestäubt. Also, woher ist das Zeug eigentlich? Aber der Boden ist schon noch feucht. Vorhin, da hat es sich weit über drei Tauben gespürt. Ja, weisst du? Schon gemerkt, da ist eine feuchte Stellung der Boden. Ist doch noch nicht so ganz. Und jetzt... Wenn wir da unten dringen, sind sie jetzt die richtige Giesböden. Denn da unten ist ja gerade der Rhein hinter dem Motor. Ja. Und dann haben wir hier entlang jetzt eigentlich fast nur die Giesböden. Also sie haben mal etwas kultiviert oder so und die Giesböden ist da draussen aber. Ja, die wird jetzt wieder wenig schwächer. Ist wahrscheinlich nicht so belastet. Oh gut. Wir fressen in den Sonnenuntergang. Fressen! Ohohoho. Ich glaube, ich mache jetzt da oben ein wenig höher. Manchmal mit dem Stein ist es immer ein wenig so tricky. Wie die Dividend nicht im Schnitt ist. Auch schon geil, wenn wir oben oben zum Geruchzeiten machen. Letzte Reparatur, das wäre ja wieder super. Und dann kannst du gerade aufhören. Mit einer carbs und darstellen wir uns weiter. Werden wir die R-44 ohne undergraduate, komm mal an der Flange von der Flange. Jetzt hättest du ja schiessbar keine Schaufe deinen Dreck geglaufen. Naja, der hängt wieder voll durch. Manuell fahren. Das hat so keinen Wert. Das hat so keinen Wert. Jetzt weiss ich auch nicht rein, dass das so irgendwie zum Quatsch hängt. Machen wir mal, was ich jetzt von den Lüttern wegkomme. Ich fahr mal vorhand. Ich fahr aber der Sache jetzt doch nicht, die mir da die ganze Zeit durchhängt. Fahrgassen, Fahrgassen. Fahrgassen, Oreo. Schauen wir mal. Ja, eigentlich sieht es nicht schlecht aus. Wormisch. Ich habe das Gefühl, dass er rechts immer wieder absackt weg. Dass er dann unten bleibt. Ich war vorher eigentlich ein Schilfpunkt, wo ich zugefahren bin. Ich bin jetzt schon seltsam. Wenn ich jetzt früher gerade die Führer abschauen kann, dann ist ihm gerade sicher. Neuer Notfallspunkt, bis ich offen mache, der Zylinder noch fast gut fertig. Weil ohne Absperre auch nicht quer zu machen. Dann geht das. So. Also dann machen wir das Eckele mal fertig. Der Reisenspeicherkarte ist dann auch gleich schon wieder voll oder der Akku leer. Je nachdem. Wobei der Ecke auch relativ lang mit der Reite. Und da sehen wir uns wahrscheinlich nachher nochmal. Also bis bald. So Lele. So Lele. Also. Jetzt müssen wir Vollgas gehen. Weil dahinten das jetzt gar nicht schön ist. Das wird jetzt vielleicht wie auch man noch sehen. Da blitzt es gewaltig. Das ist ja fast jetzt ein wenig kurz. Das macht der Gürbel jetzt noch schnell ein wenig super. Bis das Schiffen kommt. Und dann. Einmal ein wenig dunkel. Ihn, das ist ja so. Und jetzt. Das ist interessant. Da ist alles verstaubt und so. Das ist ja so. Das ist ja so. Was ist denn da jetzt? Ah ja, der ist drin. Gut. Steifang muss ich schnell leer machen. Dann reicht das Geschwür nach vorne. Jetzt haben wir eine Kamera, Gott sei Dank. Überleg mal, früher haben wir das nicht gehabt. Ja, und jetzt feistern wir nur mit Dingen. Ja, da bist du ein paar Mal abgestiegen, das kann ich euch sagen. Komm, komm, stein. Gut. Das machen wir schnell. Ist das hier super Sinn? Ah, ist das schön. Das ist halt schön, wenn eine neue Ferien, wenn sie gut ausgestattet sind. Früher ist das bei Megahons, aber haben wir das ja noch nicht gehabt. Der Luxus von Kameras. Gut, bei dem sind sie jetzt auch noch gegründet. Aber die Fahrer, die jetzt anfangen, die haben natürlich schon ein Luxus. Wir haben hier früher noch nicht gehabt. Aber so ist es halt. Jetzt fangen wir noch den Strom an. Wo ist es verregnet. Na ja, gut. Normalerweise nicht als Geblässe, wenn wir Vollgas laufen, damit das vielleicht super wird am Ende. Aber in Anbetracht der Lage jetzt. Kann ich jetzt auch nicht mehr dran denken, aber gut. So. Zack, 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 zack. Das Putzen sollte fertig sein, wenn es anfangen zu zeigen. Weil wenn wir da nass werden, das ist immer kack. Gut verregelt. Da, alles ein wenig mitmachen. Zu. Die ganze Schmutter da oben oben. Und man sieht dahinter, wie es blitzt. Die ganze Pisse nachher nicht festgegammelt, wenn es jetzt hier pisst. Heute Nacht. Aber es gibt nachher wieder nur Theater. So. Ja. Ja. Das ist nicht für Künstler, aber... Messerantrieb. nicht so. Nein. Aber es sieht nicht ein wenig mitmachen, wie es ist. Es ist kein Hexenwerk. Es ist kein Hexenwerk. Das kann ich auch noch sauber machen. Die andere Seite noch. Na gut, da vorne hin. Wenn das Kölkste draussen ist, dann ist eigentlich kein alles gegangen. Ah, lecker, was ist auch hier drin? Da sehe ich jetzt auch gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich weniger als ich. Ah, da ist Dreck drin. Scheisse. Ja gut. Das Video noch sauber machen. So. Jetzt habe ich meinen Raum auch mal rausgeklappen. Die ganze Schmatterdauer im dritten mal rausgekalt. Ein bisschen verhoffnet. Ah, einer hat es gesehen. Ich habe jetzt hier mal den Exler nie ausgeklappen. Ja. Kannst du was für die Rüse? Ja. Ja. Einmal sauber gemacht. Einmal sauber gemacht. Damit man den Pernomen ausschwenken kann. Wie dem. Eigentlich sieht es gut aus. Na ja, dann machen wir es so. Gut. Ist auch mal erledigt. Steifangmulde. Jetzt einfach durchmitte Luxus von 500. Ah, die da. Alles per potenzielle Brandstellen. Da oben bist du wirklich klar. Das ist jetzt. Oh, jetzt fängt es an pissen. Jetzt fängt es an pissen. Kacke. Komm raus, du Hund. Oh, leck du. Zeig mal. Ich habe ja das letzte Mal das Ding so gut gemacht. Gott verdammt du. Wenn du jeden Tag leer machst, geht es doch ganz einfach. Ah. Ich staub mir gerne. So. Nächste Baustelle. Komm. Jetzt mal alles hintoppen. Eih. Scheisse. So. Ich glaube nicht. Komm, da ist der ganze Schmarrer da raus. Sag ich doch, normalerweise geht der Schmarrer da raus. Ah. Gut. Ah. Gut geklappt da, da ist der Stein. Seht ihr da der Arschi da? Da habe ich nochmal. Dann sind wir wieder gefangen. Ich habe doch keinen Platz abgekriegt. Jetzt übernehme ich. So, jetzt noch ein bisschen Kornstunde. Abendgrünner Stück für eine Minute. Ach Jesus. Oh Jesus. Da ist übrigens die Überkehr drin. Also. Also. Da hier kann man die Überkehr kommen. Das ist die Menge. Das ist die Menge.